Dann ab zur Tür und Kompass. Und jetzt? Achso, wir brauchen wahrscheinlich das auch noch, oder? Achso, scheiße. Und jetzt? Ach, die müssen alle in die Mitte zeigen. Der ist nicht stark genug. Der ist grün, der ist grün, wie sieht es hier aus. Das bleibt so. Das bleibt so. Das war doch ganz okay. Die schlimmere Rätsel ist das Ding. So. Tür. Was? War auch nur so eine Idee. Bolzen. Ja, gut. Ampli-Bowl. Das ist hier im Special at First. Also, es sieht nicht besonders aus. Wenn ich darüber nachdenke, wir haben das Schiff immer noch nicht runtergelassen, ne? Da ist eine Höhe. Okay. Ach, Jun. Hier ist der... Klopf, klopf. Was? Was? Aha. Äh, Place Color Chips on the... Okay. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Scheiße. Warte mal. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht so clever, oder? Nee, das war tatsächlich nicht unbedingt so clever. Kann ich das irgendwie... Ach, du Scheiße. Ich habe mich gerade noch... Äh. Ich habe gerade mal so... Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, das Spiel. Mäh. Ja, ich habe mal eine große Fresse. Ähm. Kann ich da... Das... Hä. 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 Hm. Ähm. Moment. Hm. Scheiße. Ähm. Das ist jetzt irgendwie blöd Das ist jetzt richtig blöd Hmm Das sah jetzt aber falsch aus Ähm, ich warte mal, ich muss mal Kann ich das da? So, den kriege ich wahrscheinlich jederzeit da wieder rein, ne? Den gelben Hoffe ich jedenfalls Ach, ist das doof Haha, jetzt Und du gehst zurück Tada Das will ich ja auch für zu Hause haben Das sieht schön aus Alter, Redstone vom Feinsten Würde ich mal behaupten Was haben wir hier so schönes Ähm Vater, vielen Dank, dass du mir das Geld geschickt hast Es war genug fürs Essen und für Tommys Medizin Er ist fast wieder gesund Nach drei langen Monaten Haben wir endlich die Erlaubnis Dich zu besuchen Am Ende dieser Woche Segelt ein Schiff zum Leuchtturm Wir vermissen dich Liebe Mary und Tommy Okay Spooky Solche alten Bilder sind meistens extrem spooky Nichts interessantes Kohle, ne? Kein Holz im Boah, ja Nun Gehen wir mal da lang Da ist ein Wimbled Bild Es gibt nur so viel zu tun Das Spiel ist ja so Wenn es fast durch ist Und naja Oh, was? Oh, ich hab noch Genau, ich hab ja noch Ach du Scheiße Oh Gott Fünf, das heißt Hier darf nur fünf sein Moment Das ist Quatsch Das ist absolut Quatsch Weil wenn hier nur fünf sein darf Und ich tue hier was anderes hin Ah ne, das ist das richtig Das beeinflusst das nicht Okay Das heißt Zwölf Neun Beeinflusst das das? Tatsächlich Das heißt Das ist hier aber Scheiße Das höchste Das sieben geht ja nicht Das sind vier Ach, den kann ich auch bewegen Ach du Scheiße Noch einen weiteren Sechser Haben wir nicht Boah Kacke Das kann jetzt eine ganze Oh Gott Ach Dreizehn Das sind zwölf Hier oben Vier und Fünf Das heißt Ich bräuchte hier eigentlich Eine fünf Die ich nicht mehr Oh Gott Warte mal Das sind zehn Hier dann Das heißt Das muss schon mal so bleiben Das ist richtig Klammern hoffe ich Wartet mal Die sechs mal hier hin Das sind zehn Gott Das sind zu wenig Fünfzehn Zehn Das passt nicht Ja, das kann ich auch nicht machen Weil Boah Gott Ähm Zwölf Dann fehlt aber Gut Das sind auch keine Dreizehn Das heißt Hier sind es Elf Ich habe aber keine Zwei Das ist auch scheiße Das ist Mist Das würde gehen Das geht wiederum nicht Und hier ist auch Essig Das ist doof Das ist sehr Das ist die Drei Die Die Drei Es angry Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier fehlt auch einer. Hä? Warum? Nach oben ist einer zu viel jetzt, ne? Hä, macht's auch nicht besser. Ähm... Zehn, das sind... Das sind zwölf. Das sind sieben, acht. Yay! Äh, keine Ahnung wie, aber ja. Oh Gott. Well done. Oh, ich weiß ja, was das da ist. Da fehlt ein Switch. Ist das das? No. Da fehlt ne Nintendo Switch. Hashtag, keine Werbung. Ähm... Oh, ja, war ja klar. Aber dafür ist das da. Well done. Schiff. Da weiß ich ja, wo das hinkommt. Äh, Wimmelbild? Ne, ja, ich... Das kommt, glaub ich, hier ran. Bis zum... Ich kann die Türen öffnen. Äh... Ja, ne, ähm... Lass mal. Ich weiß, wofür ich jetzt diesen... Langersehenden Hebel herhabe. Wo ich das hier runterlassen kann. Das ist, äh... Hoppala. Ach! Der Höhleneingang. Okay. Boah, ist aber gerade geruckt. Will man das? Hm. Warte. Mhm. Aussparung. Okay, das guckt mich an. Okay, hier brauchen wir was zum Anpinseln. Aha. Geht's aber auch nicht... Weiter in irgendeiner Form, ne? Gut. Ist die große... Frage hier... Hm. Die große Frage aller... Frage aller Fragen... Ähm... Also, bis jetzt jedenfalls. Ist... Was verbirgt sich in diesem Wimmelbild? Das erfahren wir in der nächsten Aufnahme-Runde. Wir machen erstmal Schluss für heute. Ähm... Da haben wir schon ein kleines Äntchen aufgenommen. Das reicht fürs Erste. Ähm... Wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn nebenbei erzählt. Kommt manchmal so... Vor... Bricht dann aus mir so raus. So... Wie aus einem alten Alien-Film. Ähm... Gott, ich mache gar nichts daran denken. Ähm... Lange Rede, kurzer Unsinn. Ähm... Lasst ein Däumchen da. Teilt das Video. Freut mich und hilft mir. Ähm... 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 Um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr mir folgen. Alles Wichtige zu mir und zu dem aktuellen Titel. Also, zu Sea Legends. Das fantastische Licht in der Collectors Edition. Ähm... In der Video-Info verlinkt. Ähm... Vergesst nicht das Glöckchen zu aktivieren. Damit ihr auch tatsächlich eine Info bekommt, wenn ein neues Video erscheint. Ja. Also von daher ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Lust habt zu äh... zu schreiben, Fragen, Anregungen. Haut was in die Kommentare. Wir sehen und oder hören uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal bei dem fantastischen Lichtern. Äh... In der Sammler... Beziehungsweise in diesem Fall Collectors Edition. Äh... Ja. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen!